Sorry, Mr. Thompson, dass ich zu spät bin. Ja, Patricia, bitte setz dich. Okay, aber warum stahlen mich alle so an? Habe ich was im Gesicht? Nein, Patrick, jetzt alle stahlen dich mit deinen Haaren an. Was ist mit meinen Haaren? Habe ich eine blaue Strähne bekommen? Will ich überall natürlich? Ich bin mir nicht sicher, weil du alle Farben bekommen hast. Sie ist so ein Freak. Das kann nicht sein. Vielleicht träume ich. Wach auf, wach auf, wach auf! So was ist doch wahrscheinlich ein Freak. Da bist du ja, ist alles okay? Nein, schau doch mal meine Haare an. Ja, ich habe auch schon gegoogelt. Und? Nichts, so was ist noch nie passiert. Mom, ich bin zu Hause und wir haben ein großes Problem. Was meinst du, liebe So-au! Weißt du, was los ist? Ja, ich habe das schon mal gesehen bei deinem Vater.